Sie hebt ihr Gesicht zu einer unsichtbaren Sonne empor. Ihre langen grünen Haare haben die Farbe von Herbstblättern. Als du nähen siehst, erkennst du, dass ihr Kopf in Wahrheit mit Rang und Reben bedeckt ist, aus denen strahlend gelbe Blätter hervorsprießen. Inner der Blätter glänzt mit der Essenz einer ganzen Seele. Sie streitet dich glückselig an. Langsam fallen die Blätter vor ihrem Kopf und zammeln sich vor ihren Füßen. Sie verschwäßt mit dem Pfad unter sich und fast unverzüglich sprießt neue Blätter an Stellen der Alten. Sie streckt ihre Hände nach dir aus. Wurzeln wachsen aus ihren Fingerspäßen. Sie lächeln noch immer, ihre ausgestreckten Arme versperrt dir den Weg. Komm, pflanze deine Seele im goldenen Hain. Umdrehen und weggehen. Bevor du fliegen kannst, binden sie ihre Wurzeln um deine Schulter. Doch während sie das tut, werden sie steif und kalt. Ihr ausgestreckter Arm versteinert. Eine harte Steinerin, der umschließt ihr Fleisch. Sie kann nur entsetzt zusehen. Du reißt dich von ihrem gebrüchigen Griff los. Ihre Füße stehen wie angewurzelt da, aber sie windet sich und zuckt, als würden sie versuchen, ihre eigenen sterbenen Glieder zu fliehen. Die Versteigerung erreicht ihre Schultern und bereitet sich schmerzvoll nach unten wie über ihren Körper aus. Sie kriecht ihren Nacken hinauf und die Elfe wirbt ihr Gesicht nach oben gegen Himmel. Wie ein Ertrinkender. Also ja, ich habe bei beiden Weg gehen gewählt, weil ich mich weder den verrückten Ob-Blut-Opferern noch den fanatischen Baumkuschlern irgendwie anschließen oder hingeben möchte. Ich halte mich da dezent raus. Nur das grauenbedeckte Gesicht umfriert in den letzten einsetzten Atemzug in Steinern. Nur, dass sie still und leblos ist, kannst du dir vorbeigehen. Nur die goldenen Blätter auf ihrem Kopf bleiben ungerührt. Sie fallen eines nach dem anderen zum Boden. Sie verwecken und verkümmern, als die Glänzende zählen sie ihn entweicht. Eine Stimme halt auf der Straße, kommen wir aus dem Fürst zu dem Wind. Bringe sie zurück in das Rad. Du wächst auf und siehst vor dir das Schädeltor. Die Kerzen von Tier-Eber und blitzen durch den offenen Mund. Diener des Todes. Bera hat dieses Leitersterbliche den natürlichen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt stören. Er hat mir zwei Personen gezeigt, die ihre Leben seit Jahrhunderten auf unnatürliche Weise verlängern. Einen Zwerg und eine Elfin. Bera, der Gott des Todes und der Wiedergeburt, hat mir eine Vision einer Elfin oder eines Zwergs gezeigt, die auf einer Straße angehalten haben. Durch beide Berührungen starben sie. Erst dann konnte ich den Weg weitergehen. Ich glaube, der Gott will mir sagen, dass diese zwei Personen dem Tod schon zu lange ein Stimmchen schlagen. Wenn ich ihr Leben beendet, ist Pirat gewiss erfreut. Das Gesicht in der Vision schien auf unheimliche Weise ohne jedes Alters zu sein. Er schien mit dem Blut anderer oder anderer immer wieder zu erneuern. Er sagte etwas von den Ethik Noll. Welche erfahren wir oder was das ist, finde ich ihn gewiss. Die Elfin war in der Vision auf seltsame Weise ein baumähnlich sehr erwähnt, da ein Ort am Skoltener Hain. Die Droiden des Goldenen Heims haben mir berichtet, dass Hojovati Irona auf nach Ulmküste geht, auf der Suche nach Heilmitteln zur Verlängerung ihres Lebens. Ich nehme an, dass Irona die Elfin aus der Vision ist. Und der Zwerg wird der Erzdroide von den anderen sein. Vom roten Sand. Okay. Wir haben also vier Aufgaben für vier Götter, die wir erfüllen können oder auch nicht. Naja. Wir haben jetzt alle Quests angenommen, und da will Hagrim nicht so blödes Götter zu erzürnen. Sure. Werden wir auch alle machen. Was wünscht, bis wir... Okay. Gut. Also hier im roten Sand, im blutigen Sand und im goldenen Heim. Jetzt will ich aber mal kurz noch Bezirk Altglied. Mal kurz gucken, wer dessen, wie lange Jivarius noch braucht. Naja, auch noch. Elf Stunden. Eine Stunde, bis ich da halte, die Zwiegesäuze sind ziemlich groß, eh. Ja, in Altglied muss ich die beiden Tempel finden. Okay, gucken wir uns mal kurz an, wie... Galloway, Schlund, das passt schon mal, Elenia schreien, Mittagsfrost, Durchgang Altglied, Grabinsel, Bezirk, Herdglied, also viel ist hier nicht. Äh... Hier werden wir wahrscheinlich die beiden Elfen treffen. Jägerin. Ich will erst mal kurz die beiden Gebiete noch freischalten, wenn ich das darf, natürlich. Dieser Bezirk war eins einer der lebendigsten. So, das ist die Nordlandschaft. Hier ist mal wieder so ein... Strei... Schreien. Ach, du meine. Und das hier ist der Mittagsfrost. Hey, die Trichel. Und Schneekappe. Und hier ist Wasser. Der Frost entzieht der Luft alle Wärme. Dorwall. Das wird der Fährmann sein. Oh. Ich wollte jetzt nicht so einfach auf die Grabesinsel. Da können wir uns aber dann ganz kurz mal auf einen Blick auf die Map werfen. Ich wollte eigentlich jetzt erstmal Altglied erkunden. Ich finde es irgendwie doof, dass ich keine Quiz von Ivarias gekriegt habe. Oh, okay. Grabinsel können wir uns gar nicht umsehen. Hier sieht man nämlich nichts. Und dieser Dorwall ist wohl unser Fährmann. Zudem geht es auch nicht der Fährmann. Also Charon. Wobei der bringt uns auf eine Grabinsel. Das ist ungefähr genau dasselbe. Also Dorwall. Was bringt dich hier? Ein dünner, zerlumpter Mann wartet, steht auf dem Kahn auf das Ruder gestützt. Er lächelt hier ein Gruß zu, der seine feintigen Gesicht zu den Jüngern aussehen lässt. Es ist lange her, dass ein Fremd zur Grabesinsel übergesetzt werden wollte. Was ist die Grabesinsel? Sie ist ein heiliger Ort, denn sie sitzt auf dem größten Werk der Power. Dort wurde von unseren Ahnen alle unsere Armandvaters zur Ruhe gebetet. Nur wenige besuchen die Insel jemanden freut. Es ist kein Ort, an dem die Lebenden wandeln. Ist es gefährlich? Dorwall liegt jetzt. Wenn ich dich auf die Insel bringe, wenn ich auf die Insel bringe, der kehrt auf demselben Weg zurück oder gar nicht. Sie ist die Heimat nur für die Toten, Geister Schatten, der Bauer. Nur für die Toten. Das ist Punkt. Geister Schatten, der Bauer bleibt zurück und wachen wie unsere anderen Vater. Sie sind da die Insel gebunden und beschützen sie erbittert. Okay, wir wollen nicht nochmal drüber. Die Tempel ignorieren wir jetzt einfach mal. Also da könnte ich nach Hertli zurück. Sie wird nicht annehmen und die Krieger des Lysumkarts bewachen sie tief im Wachen. Oh ja, das wird sie finden, sage ich dir. Okay. Bärengefährte, Reißzähnejägerin, Kyler Gefährte. Okay. Anti-Logen Gefährte und eine Jägerin dazu die passende. Oh, die verkauft hier wohl Sachen. Also der Beschützer kann mir was wohl über das Gebiet sagen. Seid auf der Hut, Estraboa. Ja, wie erreiche ich die Gabelsinse? Der Wächter rutscht sich und stirbt mit einem einen Moment lang. Es ist so unüblich, dass sie es dort hin wollen. Sie haben nur wenig Ahnung von ihrer Bedeutung. Jene aber die Respekt zeigen, jene wird von Dorf all übersetzen. Sein Boot fährt vor den Docks in Altlid ab. Ich suche den Mittagstäppel. Er liegt jenseits der Nordschlandschaft auf einem Berg. Aber die Gläubigen sind geflohen und die Priester Kasfat und Onwil bleiben allein in Altlid zurück. Ah ja, wo ist Mittagsfrost? In Altlid wo fast auch unsere Teppel liegen. Deine Augen könnt ihr nicht verfehlen, Estraboa. Und er friert den See ein. Kennst du einen Ort den man den Goldenen Hain nennt? Am Fluss im Süden von Ulm und Kap. Eine Lichtung die von Bäumen umgeben ist. Erona und die Rohwaten versammeln sich dort. Erzähl mir etwas über die Ethik neu. Sie sind die Ruine des blutigen Sandes. Eine Anhölle und westlich der großen Bäume von Ulm und Kap. Für gewöhnlich würde ich jeden Estraboa an diesem Pfad nicht zugeschreiten. Kennst du einen Ort, der wie ein Wolfskoffer aus Stein aussieht da direkt hinter mir? Alle Pfad von Kara kennen den Rachen. Er ist eine Kunststätte zu Ehren Gelawitz. Er legt den Altglied und dient den Reis den als Versammlungssort. Auch wenn es zur Zeit wohl Ärger wegen der Tiere gibt, die dort hausen. Okay. Du hast wahrscheinlich nichts Besonderes zu sagen, nur mach dich nützlich, du bist jetzt an unserem Herd. Okay. Ein Orleaner blickt ihr in den Himmel offenbar tief in Gedanken versunken. Gelegentlich paft sie an einer Pfeife und pußt perfekte Rauchringe aus. Was steht vor mir? Sie wischte sich mit einem Handrücken die Lippen ab, ihre Zähne ungleich und spitz und sind rot verfärbt. Ich sehe nicht dofter Estraboa und sie pickt die Reste einer orcafarbenen Wurst aus ihren Zähnen und glaube mir, ich sehe viele Dinge. Vielleicht willst du sie ja auch sehen. Sie deutet hinter sich auf verschiedene Pflanzen, Wurzeln und Violen, die auf einem Teppich liegen. Dann zeigt mal, was du anzubieten hast. Ein Rubin wäre nicht schlecht. Sie hat aber nur hauptsächlich die Pflanzen. Trank der Macht ein paar Schriftrollen. Eine Schneekappe wäre nicht schlecht. Und auch nicht. Aber so die ganzen Pflanzen nehme ich gerne mit. Vor allem auch die einzelne Pilgerkrone. Irgendwas sinnvolles muss ich mein Geld ja ausgeben. So. Handeln wir mal. Und dann würde ich sagen, ja nochmal kurz auf die Map gucken. Also wenn ich in den einen Bezirk, wem muss ich da im Norden raus? Ich würde aber mal wirklich sagen, dass wir nochmal zurück ins Herdlied reisen. Dort einmal rasten. Und damit hier war ja sonst die restliche Stadt nochmal genau ansehen, weil der wollte irgendwas von ich glaube den Ovatinnen war es in Ulmen Küste. Äh, im Ulmen Cup. Genau. Dann besuchen wir Altglied. Ganz genau. Die Grabinsel meiden wir bis zum Schluss. wir wissen auch schon, wo der Tempel von Hiala ist. Gut zu wissen. Also Altglied, Ulm Cup, erglied. Nachdem wir hier Varias geholt haben, da geht es in die Nordlandschaft. und wie gesagt, die alten Quests, sogar die Kopfgeldjäger Quests und so, die schließe ich dann auch per ap so ab, bevor wir in die Grube springen. Aber jetzt gehe ich hauptsächlich mal auf die Hauptquests ein. Also ich mache die vier Nebenquests für die Götter, damit ich den Rat der Sterne abschließen kann. Genau, hier, Berat, Galloway, Hilea und Rembrandt. Und wenn ich das gemacht habe und wir in die Grube springen können, werde ich vorher mal mit den Quests weitermachen. Vor allem Meister der Tiefe. Ich weiß nicht, ob ich das an einem Ruck abschließen sollte oder ob ich da noch etwas warten sollte. Also ich werde auf jeden Fall schon mal bis Stufe 10 mich weiter runter kämpfen. Und dann sehen wir weiter. Siegel der endlosen Pfade. Ja, das ist der endlosen Pfade. Also Aufträge haben wir keine mehr. Wir haben hauptsächlich Quests. Gut, aber jetzt speichere ich erst mal. Spielstart speichern. Der P33 wäre das jetzt. Äh, 23. Und dann sehen wir uns gleich wieder.